Sehr, sehr gut. Im Anschluss an die Damen dann der Herrn Bundesligaschlager Trudert Wels in den schwarzen Dressen gegen Union Volksbank Gmunden. Beide Mannschaften legen Punkte gleich an der Tabellenspitze. Nur zwei der sechs Mannschaften in der Bundesliga können sich ja für das Aufstiegsplayoff qualifizieren. Herausragend bei Wels mit Nummer 4 Greg Bo Harvey aus New York. Hier mit einem super Pass zu Wilfried Schlatte und daraus resultieren zwei Punkte für Wels. Bei Gmunden führt der 23-jährige Aron Mitchell mit Nummer 12 aus Baton Rouge das Kommando. Er zieht die Fäden und ist mit 22 Punkten auch der erfolgreichste Scorer der Gäste. Die Halle in Wels ausverkauft, die Stimmung wirklich grandios. Bis etwa fünf Minuten vor dem Ende halten die Welser die Partie offen, aber dann zieht Volksbank Gmunden davon, gewinnt mit 74 zu 61 und führt damit bei Halbzeit des Grunddurchgangs in der Basketballbundesliga mit zwei Punkten Vorsprung.